Hallo liebe Kokajaner, ganz herzlich willkommen hier im Hotel Villa Onegg. Ich bin hier mit Peter Brurer, am Direktor des Hotels. Was ist euch wichtig hier bei diesem Hotel und was legen dir besonders viel Wert? Der wichtigste Wert für uns ist die Natürlichkeit, dass wir natürlich auf Gäste zugeben, dass alle willkommen sind und dass wir keine Schranken aufbauen. Und was kann man da machen? Was für Aktivitäten, wenn man jetzt gleich hier im Hotel übernachtet? Also primär natürlich der Spa. Wir haben ein Fitnesscenter, Sand & Anfpark, einfache Spaziergänge auf dem Berg oder im Winter natürlich auch Skifahren in Engelberg oder in Beckerried. Aber Kokajaner sollte doch da selber schauen. Da bin ich verstanden. Machen wir es so. Zum Wohl. Zum Wohl bitte. 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 Vielen Dank.